Was geht YouTube und es geht direkt los mit der Runde mit Anton wieder. Road to Commander nächste Folge, wie geht's dir? Gut Digga, danke für die Frage. Easy. Wir sind nämlich gerade hier reingejoint und wollten... Okay, dieser Kamaru Digga, das ist ein bisschen belastend. Wollten eigentlich nicht direkt anfangen aufzunehmen, aber die Lobby sah ganz okay aus und deswegen haben wir sie genommen. Ja Digga, wir haben nur den Anfang verpasst, wo man sich so gut positionieren kann. Sicher ist mal C Digga. Wo ist der Typ? Mach's den Orbit direkt. Bin schon echt eingespielt jetzt. Okay, bei mir läuft's auch gut. Drohne. Oh fuck, B-Dom ist einer. Er leuchtet zu Garage. War jetzt zu C. Er hat Geist auf jeden Fall gehabt. Oh mein Gott Digga, ich hab das gerade so krass gespielt. Er spielt Digga, warte. Kamaru ist ein bisschen gefährlich. Chimma, 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 chimma. Ich hab Links von dir. Hating haben müssen für den Orbi. Egal, warte. Ah fuck. Ich bin 1 für Orbi. Ich hab linke Seite, ich hab linke Seite. Ich guck, okay, dann checke ich hier die Mitte ab. Schau, einmal nur Blue. Oder Mitte. Orbi. Nice. Der war auch richtig sauber erspielt, also wirklich. G-Cheese Digga. Einer ist, hast du den? Ja, nein. Oh mein Gott, ich bin das Enter Monster Digga. Ohne Scheiß, ich bin der beste Enter Spieler. Gib mal deine... Alter, mir wurden gerade einfach alle Kills wirklich gesteilt. Ja, du weißt mal, wie das ist Digga. So fühle ich mich seitdem. Bruder. Äh. Ich kann gar nicht mal einen Kill machen, weil die so... Die schwitzen schon ordentlich, die Gegner. Die haben sich gut positioniert. Jetzt, 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 jetzt sind wir drin im Spawn. Okay, ich hab's Gruppe los. Junge, Alter. Nein, pass auf, die kommen alle, die alle... Ah, du musst selber Orbi machen. Ich hab nicht. Ist der Kamasutra noch drin? Ich begegne dem nie. Ne, raus, rausgegangen. Ich bin 1-2 Orbi, ich bin 1-2. Ist der Typ durchgegangen bei Graves? Ne. Okay, warte. Ich versuch den Typen bei C. Ich hol den, ich hol den. Ich hol den. Also, ich hab die Flagge. Ah, ich hab Orbi. Liegt die Flagge, glaub ich. Ich hol ihn schon. Hol ihn, hol ihn. Er liegt, er liegt. Er war so, er war so überfordert, Digga. Oh, Mann. Haben wir noch Gegner überhaupt? Ja, den haben wir. Ich laste die, Digga, weil wir haben nicht so viele Gegner. Mann. Oh, mein Gott, das war so big. Kommt noch einer rein, Digga. Team-Head juckt es einfach gar nicht. LoL, Digga, hier ist so ein Hack-Prestige reingekommen. Ich hab Angst vor dem. Willst du dich nicht holen, hier? Ne, ich bin jetzt hier, warte. Dann lass. Der eine springt drauf. Marty, Marty holt mich, Digga. Sein erster Kill 1-0 steht er. Mann, ich hab so clean gespielt, so perfekt gespielt. Ach, egal, Mann. Ich spiel wirklich besser als früher, ohne Scheiß, Digga. Ich bin viel mehr reckless als früher. Ey, jetzt ficken die mich an, Thorne. Komplett, aber... Der hat gleich Orbi. Der zweite Halbzeit hat euch gleich Orbi. Dritte Halbzeit, hab ich verstanden. Boah, ich hab mich so lustig geholt. Für den V-Set. Der Team-Mate wurde so gemessert, fast. Erster Best-Spieler, der rechte Oben. Wenn du nicht mehr auf Streak kommst, die Halbzeit, dann hau ich nicht mehr raus. Die Halbzeit komm ich safe nicht mehr auf Streak. Okay, dann chill ich kurz. Ich versuch ohne Orbi zu überleben. Aber wir haben Orbi, Digga. Nein, die dauern nicht. Ja, ich kann ja noch raushauen für die 40-200, aber Scheiß. Mann, jetzt werde ich irgendwie geraped, Mann. Ne, Scheiß drauf, mach nächste Halbzeit. Na, ich hab schon zu gut los. Was, du, wenn du willst, hör raus. Ne, ne, Scheiß. Ja, Sniper dahinten. Ja, jetzt ist es so... Kennt ihr das, Leute, wenn ihr den Flow dann einfach verliert? Das ist so krass. Ich muss hier nicht spawnen. Können wir C noch mitnehmen jetzt eigentlich für die Punkte. Komm her, komm her. Okay, ich hab Orbi, EMP, alles. Nice. Ausgerechnet dieser Marty, Marty. Hat M8, ist EMP granatet, aber hier hat ihn natürlich nicht interessiert, Digga. Oh, dieser Crowley hat mir die Ehre. Ich weckste auch auf M8 jetzt. Ich hab die ganze... Digga, mit Emtha läuft so krass, Mann. Ich hab jetzt Bock auf Elsat. Ich sag, es läuft so krass. Ich wechsel die Waffe. Okay, Digga. Hä. Emtha ist aber auch echt nice. Digga, die frisst dich so in die Gegner. Das ist so geil. Das ist halt eine geile Prezi, die Waffe. Ja. Robin 2, V-Sat inbound. Nein! Du hörst mich nicht mehr, ne? Doch. Doch, doch. Oh Mann, es hat bei mir geleckt, Digga. Du bist gestorben deswegen. Direkt gestorben. Ich dachte, du hörst mich auch nicht mehr. Egal. Oh mein Gott, wie das C4 geworfen kam, Digga. Ich hasse Leute in C4-Spielen. Hol den? Oh, nice. Leute, der hinterher hat mich fast gesnabelt. Ich hab ihn nicht gesehen. Wie, da oben alle? Mhm. Digga, Mann. Meine Kipp-Privalisierung ist gerade nicht so gut. Wo denn links? Ich hab auch Orbi. Nice. Ich hab rausgehauen. Ich weiß nicht, oder wo du da... Mein Gott, Digga. Was? Das ist meine... Denk ich auch noch, easy. Okay, jetzt nimm ihn. Abschluss bestätigt. Ja, lächerlich. Das ist halt so krass. Aber die letzten beiden hatte ich auch nicht angehittet. Aber die davor waren wirklich krass. Ja, und ich werd vom C4 geholt. Alles klar. Ohne Kugelwessel ist man so maximal lost, Digga. Das ist so lustig. Boah, Digga, ich hab die ganz so geohnt. Und einer bitte? Er holt mich! Er hat mich geholt, Anton! Er hat mich geholt! Digga, ich hab ihn in einer Millisekunde gejoggt, ne? Ja, ich doch auch, Digga! Ich hab doch auch... Ich hab ihn sogar angeschossen. Er hat das Perfekte... Da hätte Scum nicht besser geämpft. Das war so eine Szene wieder, Digga. Ey, ich kann nicht mehr, man. Ey, das war so lustig, Digga. So ein Noob, Digga. Irgendwas mit Lay, die holt mich da so komplett. Digga. Du kannst, äh, von dem Winkel ja direkt sehen, wie die spawnen. Und die spawnen da trotzdem. Der geht nicht so sehen, weggehauen. Krank, Mann. Nein! Warte, ich hab... Ich hab so eine typische M8-Nuklear, Digga. Geil. Soll ich die lassen? Nee, Digga. Ich komm neu rein. Ich hab noch genug Zeit. Nein, jetzt spawnen die wieder da. Digga, das ist doch richtig geil, Mann. Also die Folgen mit dir sind jetzt schon viel geiler, vom Sweat-Faktor her. Fuck, die schwitzen. Warte, ich helfe dir. Bruder, das ist doch... Oh! Okay, hat mich nochmal abgeschossen. Okay, Digga, das war richtig stabil. Ich hab's nur auf der Minimap mit angeschaut. Digga, das ist so krank, Digga. Was für ein Aim mit dieser Waffe hast du das echt nicht mehr... Jetzt quitten alle, Mann. Ich bin zweimal um die Map gelaufen. So, das ist jetzt mein Kill, Digga. Nee, ist nicht. Ja, das ist so leicherlich, Digga. Ich lauf hier um die Map. Zwei Gegner noch, halt. Gerade so ein schöner... ...Streak, Digga, wo ich jeden Burstum getroffen hab. Er sweated absolut. Ich hab Orbi noch gekriegt. Einer kommt noch rein. Ja, Leute. Wie geht's euch so? Schreibt's in die Kommentare. Was macht ihr heute das Schönes? Oh. Weil ich glaub, richtig Action seh ich hier gerade auch nicht mehr. I'm the real smooth mit Gott. Pass auf. Der sweated komplett. Hab ihn absolut gefickt. Er hat mich absolut aber geschossen. Kriegt erstmal ein EMP rein. Genau. Ich hab noch ein Orbi, ne? Ja, auch. Ich hab auch noch... Challenge stehen. Yes. Ich hab Orbi rausgehauen. Ich hab auch noch mal raus, oft lustig. Das ist so geil, Mann. Neutasen. Schau mal vor, wir hätten jetzt so ne richtig geile Multi-Team-Lobby, Mann. Egal. Kommt er hier hin? Ach ja, ist er jetzt... Ich wusste, dass er mich jetzt holen wird. Irgendwann holt er einen einfach. Muss ihn aber challengen. Wow. Ich brauch nur einen Kill. Für nuclear? Mhm. Ich hol den jetzt hier kurz. Hab ihn angehittet. Bin nappi. Hast du nuclear? Gut, nuk. Ja. So, ich will dich nochmal mitnehmen. Der... Der hat mich aber echt fast geulti-der-Smooth. Oh, jetzt die Frage... Ah, schade. Ja, der kriegt noch einen. Smooth mit 2,8. Easy XP für ihn. Kein Ding für den King. Oh, das ist so die geilste Situation in Multi-Team. Genau das hier. Boah, ich freu mich schon so auf die AN. Ich hätte die AN einfach freischalten können. Und ich hab C4 genommen. Ohne Plünderer, Digga. So dumm. Ey, ich könnte doch... Aber warte mal, das bringt doch gar nicht. Was denn? Könnt ihr mich auch zurücksetzen? Dann krieg ich auch einen Token. Aber was bringt das dann? Ja. Wir haben ja schon Orbi. Also du hast ja Orbi. Eben, das ist ja das Geile. Also ich bin jetzt... Guck mal. Ich level so langsam. Das ist krass, Anton. Wirklich. Guck mal. Ich weiß nicht, wie viele Folge sollen das werden, Alter. Ich hab erstmal einen Boomerang gemacht, Digga. Also wenn du schnell bist... Boomerang, willst du den direkt posten? Digga, nicht, dass da jetzt Leute die Playstation anmachen. So, Herbert, nee. Ich hab doch nur gepostet, dass ich den Nuklear gemacht habe, Digga. Kann doch auch ein Gable sein, abgehend. Ja. Dings, was wollte ich jetzt sagen, Digga? Achso, wenn du schnell bist, dann brauchst du so... Acht Stunden Spielzeit, oder? Nee, warte mal. Weniger. Oder? Ich such mal neu, das Gegenteil ist scheiße. Ich weiß gar nicht, wie viel Spielzeit ich hatte bei meinem... Aber ich hab auch paar... Wie viele Leute ich gemolte, die haben? Guck mal. Double EP. Ja, double EP wäre halt. Dann würde es halt schnell gehen. Level 20 bist du. Ja, Marcel, du brauchst schon so 20 Folgen, wenn du immer zwei Runden spielst. Ja, zwei Runden eigentlich immer so. Oh Gott, Digga. V-Paralyzed, Digga. Und ein bisschen mehr vielleicht. 25. Und zwar... Höfig würde ich sterben, Carmen. Und raus, Digga. Bevor die uns freezen und zurücksetzen. So. Ich überleg grad... Okay, warte, komm du bei mir mal rein. No. Ich frag mich, was sagt das Spiel, wer ist Low Level von uns beiden? Du oder ich? Was würde das Spiel denken? Ich, ich. Sicher? 100%. Okay, dann komm ich bei dir rein. Ne. Loi. Warte mal, wie viel sind im Multi-Dame Online überhaupt? 13 Leute, Digga, das macht... Digga, früher waren mal 300 oder so, glaub ich. Oder sogar mal 1000. Digga, ich hab die Zeiten mitbekommen, da waren da mehrere tausend in der Playlist, Digga. Digga, das ist unvorstellbar. Die geilste... Also mit dir war die Zeit natürlich auch richtig geil im Multi-Team, aber die allerheftigste Zeit von den reinen Lobbys war mit Shot M. Ja, ja, ich weiß. Oder Shot M hatte eh die heftigsten Game-Listiker und er war ja gar nicht mehr so gut vom AIM und so. Aber er hatte so heftige Game-Listiker, das war unglaublich, weil er die beste, höchste Welt hatte um 6 Uhr morgen. Ich weiß noch, Carsten hat immer gezockt. Multi-Team im Stream und ich hatte sowas für einen Modus, ich kannte den gar nicht so, weißt du? Sollen wir das zu Ende spielen oder was? Und dann, nee, 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 raus, raus, raus. Weißt du, was ich meine? Ich hab dann so, äh, so ein bisschen, ja. Ja, ich weiß, Carsten hat das ja auch dann ziemlich viel gespielt. 3 gegen 3, so 3. Aber ich hab's noch, ich hab's noch, noch früher als Carsten gespielt. Ich hab's direkt kurz nach Release gespielt. Okay, das ist halt echt heftig, Mann. Digga, das ist halt so lustig einfach. Nach Release wär ich nie drauf gekommen, den Modus zu suchen. Digga, hätte man das gewusst. Mit dem Skill und der Erfahrung jetzt zurück an zwei Tage nach Release. Er ist alle Zeiten gegeben. Ja. Ich hab ja da auch nur, in Anführungszeichen, nur Double Nuklears gepackt. Du hast schon so viele Double Nuklears. Ich hatte gar nicht so viele Double Nuklears zum Beispiel. Spielen wir das, aber Smooth soll warm sein. Nee, oh mein Gott. Oh nein, 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 nein. Er war echt ein Hacker sogar, gell? Ja. Sehen? Ja, geh raus, der ist auch mal noch drin. Er sucht uns neu. Nee. Doch, doch, der ist noch drin da. Die lernen sich einfach schnell um, damit man's nicht mehr sieht. Das ist so ekelhaft. Stellung spielen gerade neun Leute. Ja, schauen wir mal. Das heißt, es gibt eine Lobby. Ich weiß gar nicht, ob es international zählt, was da steht. Das glaube ich nämlich auch. Dass neun Leute auch der Welt das spielen. Wir können aber dann nur mit den drei Europäern connecten. Nee, Digga, wir können nicht connecten. Machen ohne TDM, das passt eh noch genau in 20 Minuten rein. Aber ja, alles klar, Digga. Bodenplie gesucht. Wirklich? Ja, Meltdown, Herrschaft. Herrschaft hätte ich jetzt richtig Bock gehabt. So eine volle neun gegen neun Lobby, Digga. Ich bin rausgeflogen. Ich auch. Das kann nur ein Hacker sein, Digga. Als ob es ne Bodenpliegelobby gibt. Ist er noch bei mir drin? Ja. Okay, komm, ein Try, geh mich noch. Er will schon wieder Meltdown, oder? Ja, Digga, irgendwas stimmt da nicht, Digga. Der schmeißt uns raus oder was weiß ich. Der will nicht, dass sie connecten. Weißt du noch, Adolf, guck ich's mit dem Host-Tool. Das war auch eigentlich so, Digga, der hat auch einfach die Tryhards gekickt. In der MP3, oder was? Ja, Mann. Er hat auch einfach die Tryhards gekickt. Wir können ja mal ne Bodenkrieg-Folge machen. Das wird zum Beispiel bei der nächsten Folge. Aber jetzt machen wir noch ne ganz entspannte TDM-Runde hier. Das ist schwierig, Dings zu finden, Digga. Ja, stimmt. Aber TDM passt nicht genau. Ich hab ja so 20 Minuten immer so pro Folge gemacht. Wie hast du's früher gemacht? Immer nur eine Runde teilweise, oder? Anton? Jetzt hör ich dich nicht mehr. Da hat die, Anton hat so ein kleines Problem mit seinem Mic. Jetzt muss das, glaub ich, gerade rein und rausstecken. Auf nur Homo-Basis, natürlich. So, Raid wär natürlich nice. So, gucken wir mal, ob wir irgendwas freigeschaltet haben. Ich hab aber Bock auf ne Runde Hamre. Komm, ich spiel mal ne Runde Hamre. So, Hamre. So, mit Schaft schnell ziehen. Hörst du mich jetzt? Hallo? Jetzt hör ich dich, ja. Du hast irgendein Discord-Bug, ne? Ist richtig komisch. Sonnlucky, Digga. Genau. So, wie er V-Set geschrieben hat. Oh mein Gott. Achso, jetzt glaub ich extra geschrieben. Genau. Also, ähm... Was wollte ich noch sagen? Worüber haben wir davor geredet, Digga? Ich hab's vergessen. Ach ja, genau. Wie lange waren deine SCC-Folgen? Ich hör dich wieder nicht. Alles klar, Bruder, muss los. So, perfekt. Anton rast ist grad richtig aus. Das weiß ich, Digga. Er ist grad richtig unglücklich zu Hause. So. Boah, die sieht einfach aus wie ne Ska in noch krasser. Hallo? Ja? Was ist das, Digga? Ja, Digga, du musst halt mal den Astro-Stand halten, Digga. Was soll ich machen, Digga? Geiles Schild, Bruder. Einmal mal so schnell sechs Jahre zurückgeswitcht mit dem Mic. Ja, egal. Passt aber so. Ist gut. Okay, ähm... Wie lange war deine SCC-Folgen? Ja, wieder. Ich hab die Frage schon ungefähr sechsmal beantwortet. Ja, sorry, Digga. Einmal musst du noch. Ja, 20 bis 30 Minuten, Digga. Ja, okay. Und einmal so ein paar Specials waren halt dabei. So Kill-Duell mit Renzi und Nix. Das war ja auch im Road to Commander, glaub ich. Gegen eine Stunde und dann... Oh nein, oh mein V-Set. Aus Italien. Nein, Digga! Digga, was ist das für eine Lobby? Jetzt auch noch Ouzumi, Digga. Oh mein Gott, Mann. Ich kann gegen C4 nichts machen. Okay, Zumi ist gequittet. Das ist einfach TDM. Ey. Läuft, Mann. Läuft, Mann. Das war Double Kill, Digga. Ich hab den Zweiten nicht mehr gesehen. Ey, ohne Mist, lass mal Jam fragen, ob wir... Äh... C-Lost 3.0 im BO2 einfach wieder machen. Das ist ja... Ey, das ist ja so geil, Digga. So lustig, Digga. Würde eh mehr Viewer haben als BO4. Oh. Meinst du? Ja, weil dann die alten Hasen auch einschalten würden. Wunderbaro. Was? Der hat mir den noch geklaut? Also, Leute, die Hamre macht ja auch so unglaublich viel Spaß zu spielen. Das ist ja krank. Hallo, hörst du mich? Ja. Ja, Digga, schau. Ich muss immer nur Mikro-Switchen, dann geht's wieder. Das ist voll komisch, Digga. Wah! Ey, das ist so eine typische Szene. Komm, jetzt gucken wir uns das mal an. Digga, Pamat hätte mich da nicht so gesnipet. Mein Dummy ist auch richtig geflogen, Alter. Digga, warte, warte, die kriegen was von mir. Ja, okay, er hat's schon erledigt. Boah, jetzt sind C4 nicht mehr gezogen. Ich hör dich wieder nicht, Digga. Ich hör nur so einen lustigen Sound. Digga, ich schieße auf seine Füße, Digga. Ey, Digga, was ist das, Alter? Ey, ohne Mist, wie viele Einsatzschilder sind hier in dieser Laufi? Ja, Digga, ich hab die beide geholt. Ich hab so auf die Füßchen geschossen von den Jungs, Digga. Nein, das war so gut. Oh mein Gott. Kein C4 bitte nicht... Nein, Mann, ich kann nix machen gegen seinen scheiß C4, Mann. Bist du noch da? Ich hör ihn wieder nicht. Es wird die ganze Zeit sein. Mike. Und ich hör ihn trotzdem nicht. Jetzt hör ich dich. Jetzt hör ich dich. Jetzt hör ich dich. Jetzt hör ich dich. Hörst du mich? die brio alter ich schwöre jetzt hätte ich besser als das astro ich komme noch das ingame mic in game aber auch das ist so weit entfernt man ich habe die sogar richtig gut ich auch aber ich spreche ich mit auto digger er hat überlebt natürlich kugelbesser schützt ihn wo ist der ehrenmann ich sterbe von semtex weil er bob marley holt mich da ja locker stone spiel safe mit einer gitarre gerade irgendwie weißt du eigentlich wie gut die hamel ist anton das so krank das macht so spaß alter ich bin kurz vorm orgasmus everybody wants come for fighting nein c4 man immer ich habe ich schwöre dir ich habe von meinen sechs toten habe ich vier durch sein zu viel weil ich nichts dagegen machen kann belasten digger das kommt aber ich hole trotzdem wie bitte und jetzt der killcam las machen okay ich bin so weit weg der wisse hundertprozentig kriegen soll leute dass ihr mich jetzt in der episode mit fünf verschiedenen mics gehört habt oh gott aber es ist auch noch ein schöner kill digger kill du hast auch noch gewonnen und ehre genau bisschen weg ist kauf digger Wasser mit m8 ist einfach schön es war sogar der genau richtige es hat den richtigen erwischt okay leute dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten episode wieder lasst auf jeden fall gerne ein like und ein abo da für mehr road to commander level 21 haben wir jetzt erreicht da sind wir dann in der nächsten folge wieder haut rein bis rhein rein